Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns wirklich macht Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht Tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns wirklich macht Liebe, Liebe, Liebelei, morgen ist sie vielleicht vorbei Tanze Samba mit mir, Samba, Samba, die ganze Nacht. Ja, es ließ sich nicht vermeiden, aber natürlich, wenn es so ein Jubiläum gibt, 20 Jahre Smargo Award, dann darf unser Lieblingsengländer nicht fehlen, Ross Anthony. Ey, 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 ey. Was? Lieblings-Ey, ey, ey. Unser Lieblings-Ey, ey, ey, nicht fehlen. Was hat wieder so angefangen? Wir können wirklich nicht in einem Raum zusammen sein. Wir lachen viel, wir machen nur Blödsinn. Und es kommt im Endeffekt kein gutes Interview raus. Deswegen, dass du jetzt in die Mitte sitzt. Wir haben jetzt mal eine Direktive geholt. Für Schiedsrichter. Also, verstehe ich. Schiedsrichter. Fifteen love. Fifteen love. Für mich. Das hast du schön gesagt. Hast du ein F-Problem? Nein. Was? Fifteen love. Ich hab ein F-Problem. Ein F-Kländer. Ich F-Kländer. Aber abgesehen davon, sag mal, jetzt ein Wort ohne F und S. Okay, ja. 2018. Da waren aber ein S drin. Sei doch nicht so. Du wolltest sagen, dass 2018 war ein toller Jahr für mich. Es war mega. Erstmal, dass meine Shows super gelaufen sind. Ich hab wahnsinnig tolle Künstler in meine Shows bekommen. Und natürlich, die Krönung war für mich, die goldene Henne nach Hause zu nehmen. Hätte ich nie gedacht, nach so vielen Jahren, dass ich irgendwann die Chance hatte, eins zu bekommen. Aber dass du deinen Mann so nennst, das finde ich jetzt schon komisch. Hey, der ist ein verrückter Haar, mein Lieber. Ein Goldene Henne. Aber ist ein golden boy. Nee, aber es war wirklich ein toller Jahr. Ich war viel unterwegs. Ich war auch Tour mit Florian Silbereisen letztes Jahr. Und ich konnte es wirklich genießen. Und ich bin sehr dankbar. Ich hätte echt nicht gedacht, ob das glaubst du oder nicht, dass meine Schlagekarreere so lange halten würde. Und so erfolgreich würde. Ich liebe, was ich mache. Und ich glaube, ich hab dir schon das öfters mal erzählt, dass ich stehe auf einer Bühne, weil es meine Leidenschaft ist. Es ist nicht mein Job für mich. Und es ist ein Job geworden. Es ist natürlich nur ein Luxus. Das stimmt, ja. Ich hab durch Zufall am letzten Wochenende eine Fernsehgeschichte gesehen. Wo ich denn? Und da warst du auch drin. War ich dabei. Warst du dabei? Ja? Was für ein Zufall. Ja? Man muss nur heutzutage umschalten und da bin ich wieder. Omnipräsent. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Man kann hinschalten, wo man will. Aber das Beste war, da gab ein Typ einmal, der hat gesagt, ja, ich mag dich überhaupt nicht, Ross. Und ich hab das Fernsehen angemacht und da warst du. Und dann schalte ich um und da warst du schon wieder. Und solche Sachen, ich muss immer darüber lachen, ne? Aber man kommt nicht von Ross Anthony irgendwie weg. Man kommt nicht weg von ihm und man erfährt ständig neue Dinge. Und ich wusste zum Beispiel nicht, das hast du mir nämlich noch nie erzählt, glaube ich, dass du echt ein Riesenfan von One Direction bist. Von One Direction? Ja. Ein Riesenfan? Ja. Also ich fand die Gruppe schon gut. Ich glaube, da hat er was falsch verstanden. Ich glaube, da hat er was falsch verstanden. Dann haben die das falsch zusammengeschnitten. Ich glaube schon, ne? Das war der Sender, der mit P anfängt und mit 7 aufhört. Da gab es so eine Geschichte über die 90er Jahre. Das ist das Gleiche wie die Liebessuche für die Mama. Nein, ich finde... Aber da haben wir doch ein Casting vorbereitet. Hallo, du hast mich jetzt... Ja, ja, wir haben eigentlich schon die Top 3. Ich äußere mich nicht mit sowas, ne? Ich finde One Direction, ich fand die schon gut, ne? Weil die alle individuell, sie können singen, ne? Das ist, was ich gut an One Direction finde. Du hast erzählt, du warst auf einem Konzert. Du hast sogar Anhänger gekauft. Ja, warum sagt das jeder hier? Und T-Shirt. Nicht nur ein T-Shirt, ich habe so ein Bächer gekauft. Siehste, stimmt es doch. Ich wollte eigentlich das ein bisschen vergleichen, wie Brosis früher war. Deswegen, dass ich auf ein Konzert gegangen bin. Und ich habe geguckt, wie die gefeiert wurde und wie damals Brosis gefeiert wurde. Es ist irgendwie ziemlich gleich. Das war schön. Ja, aber das ist schon eine tolle Geschichte, weil diese ganze Boygroup-Geschichte, wo du ja auch im Grunde genommen so ein bisschen ein Teil auch davon warst, hat ja eine unfassbare Zielgruppe gehabt, ne? Ja, ja, und immer noch. Viele Leute fragen immer die ganze Zeit, wann kommt Brosis zurück? Ist das so, ja? Ja, und ich sage immer nie. Ich bin da. Reicht das nicht? Reicht doch. Dafür gibt es ein neues Schlagealbum. Ja, ja. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Schlage lügen nicht. Nein. Nein? Hätte ich jetzt interpretiert. Tausendmal berührt. Das ist die Single. Das ist der aktuellste Single. Tausendmal ist nichts passiert. Nichts passiert. Ja, das ist doch dieser typische Slang, den man da hat. Ja, ein bisschen schon. Mein Englisch kommt noch ein bisschen raus, ne? Aber das Ding ist, ich wollte unbedingt dieses Alben machen, weil es hat immer noch natürlich gewünschte Songs von meinem Papa drauf. Es ist Songs, die mein Leben als Kind auch geprägt hat und es ist auch Wünsche von meine Fans. Die haben dieses Mal gewünscht, welche Songs auf dem Album kommen und ich habe hoffentlich alle Wünsche dann erfüllt. Es ist wirklich eine Mischung aus den drei Sachen. Aber das Tausend und Eintracht ist eine coole Version. Ja, haben viele Leute gesagt. Es ist immer schwer, weil so viele Leute das gecovert haben. Aber ich wollte das auf meine Art und Weise machen und es ist viel poppiger geworden, so Pop-Schlage. Und ich habe das bei Schlagechampions performt und es war wirklich ein toller Moment. Man kommt raus und alle singen mit. Die 10.000 Leute, die sind mit und dann, es ist so ein schönes Gefühl und die lächeln alle mit und die machen, die feiern und die haben es gut. Und es ist diese alte Klassiker-Songs, was das natürlich zurückbringt, was wie es früher war. Und viele Leute fragen, warum machst du immer so diese alte Klassiker? Weil ich will nicht, dass die neue Generation diese Songs verpassen und ich will, dass die ältere Generation das immer noch miterleben kann, wie es früher war. Und ich versuche nie besser als den Original zu sein, weil das wird nie passieren. Aber ich versuche das natürlich auf meine Art und Weise zu präsentieren. Ich glaube, das klingt ja auch ganz gut. Ja, ich habe auf Facebook gesehen, da hast du gepostet, du hast Videoclips gedreht und hast nur dazu geschrieben, Es wird nass. Es wird nass. Was heißt das? Also, die erste Single, Ich bin, was ich bin. Das Video wird bald zu sehen sein und das ist wirklich ein schönes Video. Das ist ein lustiges Video. Mein Mann Paul, er spielt auch mit. Das ist das erste Mal, dass ich ihm dazu gezwungen habe, irgendwas zu machen und man merkte, er war nicht so happy. Aber das war egal. Aber als ich wollte nicht hin, da kann man da schon mal zufrieden sein. Ja, und das ist die nächste. Also, wir haben ein Video zu Fiesta Mexikane gemacht und ich kann nur sagen, wir waren unter Wasser. So, es ist... In der Badewanne. Nee. Nee, und es war teils wirklich schwierig, unter Wasser zu singen. Ich habe nicht gesehen vom Meer oder irgendwie so. Nee, mehr war das auch nicht. Ein Riesenschwimmel. Ein Rimmingskuhn. Ja, aber ich schröne ihn periodisch. Ich schröne ihn. Aber es hat lange gedauert, weil wir können nur so lange die Atmen halten und dann mitsingen. Aber es war wirklich ein Erlebnis. Wie lange hat es gedauert? Also, einen kompletten Tag. Wir haben sehr früh angefangen. Es ist nicht alles unter Wasser, aber die Geschichte an sich ist sehr lustig. Aber halt Fiesta Mexikane, das ist so alt, halt eine Abtempo, coole Nummer. Natürlich. Ich habe auch gesehen auf Facebook und auf deiner Website, die übrigens sehr cool ist. Ich habe noch nie so eine Website gesehen. Wirklich? Die ist sehr originell. Das schiebt das hin und her, ne? Ja, ja. Ich finde es... Sehr modern, ne? Total. Ich muss sagen, ich finde es toll, dass du deine Arbeit, deine Hausarbeit gemacht hast. Nicht Hausarbeit. Hausarbeit hast du auch gemacht. Aber das war tatsächlich Hausarbeit. Das hat wirklich was gemacht. Aber bei ihm, er kommt immer rein, er weiß nicht, was er sagen soll. Und dann noch der Sprachfehler. Aber ich habe dafür den Obstteller besorgt. Ja, genau. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zurückzukommen, ich möchte kurz ernsthaft werden, wenn es in Ordnung ist. Du stellst dein neues Album ja im Rahmen eines sehr intimen Konzerts vor, ne? Genau. Mit dem Steven. Genau, mit Steven Gaitchen. Ist das ein Kumpel von dir? Ja, das ist ein super Freund von mir. Und ich habe ihn gefragt und er war sofort dabei und er fand das eine super Idee, weil viele Leute, viele von meinen Fans wollen unbedingt die Ersten sein, die das alles mitkriegen. Und ich fand, es gibt es nicht mehr Intimes, wenn man auch dazu ein tolles zweistündiges Video, also Interview macht mit Steven, wo er mich wirklich viele Fragen stellt. Und dann kommen natürlich die Fotos und die Performance dazu. Und natürlich die Leute, die wir Karten kaufen, dann wirklich genießen den ganzen Tag mit mir. Wir gehen essen zusammen und wir tun das, was die meisten auch gerne tun. Kann man sich da bewerben, um da dabei zu sein? Oder sind die Karten weg? Du kannst immer dabei sein, mein Lieber. Wir haben nur wenig Karten jetzt weg. Wenig Karten übrig. Wenig Karten weg. Wenig Karten. Aber wir haben wirklich, die VIP-Karten sind fast ausverkauft und die anderen Karten gibt es nur ein paar übrig. Und wo wird das sein? Und es wird in Köln ein Residenzkino. Und es ist wirklich ein ganz schönes, edles Kino. Das ist ein altes. Ja, genau. Alt und die Sessen sind wirklich groß und schön und bequem und so. Und es wird ganz toll. Es geht über vier Stunden. Wow. Und wir werden auf jeden Fall viel in diese vier Stunden da machen. Und es gibt natürlich nur an dem Tag ein exklusives Boxset dafür. Nur was an diesem Tag die Fans bekommen könnt. Ein Boxset? Aber nicht von Vision Body? Nein, nicht von Vision Body. Von mir. Aber es gibt wirklich schönere Sachen drin. Ja, weil ich dich so im schicken Sportl-Dress gesehen hab. Ja, aber das ist eine Art, um fit zu bleiben. Ja, man macht alles, was man kann. Aber wenn man über 30 wird. Knapp drüber. Ganz klar. Knapp, ja. Ich hab kein Problem, um ehrlich zu sein, zu sagen, wie alt ich bin. 39. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß. Die richtige Zahl blenden wir jetzt unten. Blenden wir unten? Das heißt, Sie bitte nicht schockieren, liebe Zuschauer. Nein. Weil, wenn ich die Leute das wirklich sage, dass ich dieses Jahr 45 wird. Manche sind so, oh mein Gott, wirklich? Und du siehst immer noch so gut aus? Und dann manche sagen halt, ey, guck mal Benni an. Der hat sich nicht gut hingekriegt. Die Crema fürs Gesicht hat er irgendwo anders verwendet. Das war die andere, die er fürs Gesicht verwendet hat. Ich bin ja mal weg. Und wenn er seinen Mund aufmacht, kann man Schiene sehen. Du bist echt gemein. Was soll ich jetzt da sagen? Soll ich jetzt mitfüllen oder empfüllen? Ich sag immer alles, was du denkst, sweetheart. Weißt du, wie ich das Gespräch jetzt beende? Nee, musst du nicht. Einfach nur aufstehen und gehen. Aber unser Gespräch war nicht schön. Aber weißt du, du hast definitiv auch was richtig gemacht. Weil immerhin bist du derjenige, der mit Linda Fee tanzt. Ich glaube, das wird Benni auch gerne. Hast du das gesehen? Oh, Linda Fee ist so toll. Die ist so ein schönes Geschöpf. Sie geht dieses Jahr mit Florian Silbereisen auf Tour. Ich weiß. Sie ist so eine bildhübsche Frau. Wahnsinn. So nett. Übel. Und sie hat so lange Weile gemacht. Wahnsinn. Ja, sie ist wirklich toll. Ich finde, das ist eine Frau, wenn man die sieht, kann man gar nicht weggucken, weil die so schön ist. Nee, aber okay. Linda Fee ist jetzt genug von Linda Fee. Das ist genau wie bei Ross Anthony. Aber nicht zu vergessen, Alben kommt, Achte, Dritte raus und dieses Special Event ist am 7.3. Am 7.3. Und wir feiern durch die Nacht, also es geht um 12 Uhr, nachts gibt Mittelnachverkauf. Wow. Das bedeutet, die Leute können wirklich, die sind die ersten Leute, die die CD und Boxen in der Hand erhalten können. Also wenn der Benni umsonst darf, darf ich dann auch umsonst fahren? Du darfst auf jeden Fall rein, aber da kann draußen vor der Stuhl stehen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Du bist noch nicht geschminkt heute, ne, Benni? Nein. Nein. Jetzt nicht mehr. Das ist ein bisschen, was auf der Nase war, ist jetzt auch weg. Wie groß ist das Bild? Habt ihr nur uns zwei drin? Man hört mich immer nur... Die Wichtigsten sind die. Man hört mich immer nur im Rotor. Ja, und... Hätte ein bisschen viel mehr Mühe geben müssen, ne? Ja, aber ich muss ja für unsere Make-up-Artistin in die Brasche springen. Ja, okay. Das ist einfach fantastisch. Das muss die liebe Zuschauer sagen, ich bin reingekommen für eine halbe Stunde und dann er dreht sich um und sein Mund ist voll mit irgendwelchen Obst, was er eigentlich uns anbieten soll. Salami. Salami war das, okay. Und er kaut um so... Das ist wie immer, ne? So ähnlich habe ich das Interview auch gefühlt. Ja, das ist für uns toll. Deshalb hast du mir auch kaum verstanden. Ich verstehe dich sowieso nicht. Also ich würde jetzt vielleicht sagen, es war schön, dass wir uns gesehen haben, denn man ist es auch besser lieber gut geschminkt als vom Leben gezeichnet. Und deshalb... Oh, schön gesagt. Das ist schön, oder? Das ist aber ein schöner Schlüssel. Ich habe den Satz aufgehoben extra für ein Interview mit dir. Das war lange mal ein Traum, deshalb habe ich ihn auch immer öfter in meiner Umgebung kundgetan, damit ich ihn nicht vergesse für den Moment der Momente. Ach so. Und lass mich erst mal sehen, was noch für Fragen. Tanzproben, Vision, über die... Das lassen wir ja weg. Das lassen wir weg. Also wir haben eigentlich alles abgehakt. Ach so, wirklich, ja? Bei mir steht jetzt noch mal Verabschiedung. Verabschiedung. Tschüss. Das machst du. Ach so, so meine Lieben. Wenn ihr Spaß haben wollt, dann schalte ein. Muss ich nicht einschalten, weil die sind schon da. Aber ich meine halt, wenn ihr was ganz Geniales sehen wollt, dann müsst ihr nach Köln kommen am 7.3. Und da feiere ich mit euch dann ein Riesenparty. Das wird ganz toll. Alle Infos, darf ich das sagen? Alle Infos kriegt man unter www.ross-anthony-shop.com. Schlager lügen nicht. Ja, das neue Alben. Du musst das dazu sagen, wo die denken, Schlager lügen nicht, aber doch, das Schlager lügt. Auf jeden Fall. Ach, Schlager. 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 Dann nehmen wir in Leipzig und wir sagen Tschüss. War's gut? War's gut? Auf Wiedersehen. Danke für's Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Whilst Joeordersных, Was, dass du nicht? Boge, ich bin per命. Boge. Ich war's. Gorz. boxglaug.